Im Europäischen Parlament ist gefragt, dass man in der Sache kompetent ist. Ein Parlament von 750 Abgeordneten mit so vielen Fraktionen Mehrheiten zu organisieren, Abgeordnete zu mobilisieren, um für eine Sache einzutreten, setzt Wissen und Kompetenz voraus. Peter Liese ist einer der Kollegen, die über diese Kompetenz verfügt. Und das macht ihn stark, das macht ihn durchsetzungsfähig. Und das Themenfeld, das er bearbeitet, ist für uns als Fraktion, auch das Partei von existenzieller Bedeutung, sich um Umwelt zu kümmern, um Klimaschutz, um Gesundheitsfragen im europäischen Kontext, ist für die Zukunft von politischen Entwürfen von großer Bedeutung. Wir sind froh, dass wir ihn haben.